Eine solche Maschine kostet wahrscheinlich einiges an Geld. Wer will sowas bezahlen? Wer braucht sowas? Das brauchen Kunden, die ihre Güter verkaufen wollen. Im Speziellen geht es hier um Rohmaterialien wie Kohle, Eisenerze und andere Mineralstoffe. Das heißt, wohin verkaufen Sie Ihre Maschinen? Wir verkaufen sie in alle Kontinente der Erde, in Nordamerika, Südamerika, Australien und Asien.